Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es steht wieder ein Viertelfinale an, oder was heißt wieder, es steht ein Viertelfinale an. Wenn ihr die Champions League jetzt schon sehen wollt, dann könnt ihr gerne Mitglied werden auf meinem Kanal, da könnt ihr das Ganze vorab schauen, ansonsten kommen die auch die Tage auf dem Kanal. Jetzt geht es los mit dem ersten Spiel Manchester United gegen Kopenhagen. Viel Spaß und danke nochmal fürs Reinschalten. Manchester United hat sich gegen den Lars Glinz relativ deutlich durchgesetzt. Kopenhagen verlor zwar das Hinspiel gegen den türkischen Meister Bajakşehir, aber gewann dann im Rückspiel mit 3 zu 0 und die entweißgekleideten Dänen waren hier von Beginn an auch mindestens auf Augenhöhe. Erste Möglichkeit gehörte dann auch dem FC Kopenhagen und Manchester United brauchte erstmal hier, um sich langsam reinzufinden. Der Ball geht hier haarscharf am Pfosten vorbei. Und Kopenhagen machte weiter. Manchester United war wohl nicht auf diesen Druck eingestellt. Kaufmann legt den Ball einmal zurück und da ist Pep Biel mit dem 1 zu 0 in der 25. Minute. Absolut verdientes Führungstor. Was war mit Manchester United los? Die Red Devils dann aber besser. Lingard. Rechts raus zu Wanbisaka. Die Flanke maßgeschneidert für Odeon Igalio. Der Ausgleichstreffer und so konnte man mit dem 1 zu 1 in die Pause gehen, nochmal mit einem Schrecken davongekommen. Aber das war schon erstaunlich, was Kopenhagen hier ablieferte. Pep Biel, der Torschütze, verliert den Ball an Fred, aber Varea setzt nach. Kaufmann wieder. Hatte großen Anteil am Führungstreffer und hier die Möglichkeit. Aber Bailey schmeißt sich rein. Das 2 zu 1 damit verhindert, hätte Eckball geben müssen, ist mit der Fußspitze noch dran. Gab aber Abstoß. 70. Spielminute. Weiterhin nur die in Weiß gekleideten. Und hier muss es eigentlich fallen. Wind trifft den Ball aber nicht perfekt. Zieht ihn über den Kasten rüber. Und verpasst das überfällige 2 zu 1. Manchester United bis dahin im zweiten Durchgang nahezu unsichtbar nach vorne. Knappe 5 Minuten noch auf der Uhr. McTominay. Zu Juan Mata. Der ist im Strafraum. Legt einmal zurück. Abschluss von Fred. Und das ist eiskalt. 85. Minute. Das 2 zu 1 für Manchester United. Der entscheidende Treffer in einer Partie, die Manchester United eigentlich nie im Leben gewinnen darf. Aber sie setzen sich durch, weil Kopenhagen es nicht geschafft hat, die Chancen zu nutzen. Und so ist Manchester United der erste Halbfinalist. Leverkusen konnte 1 zu 0 gegen die Glasgow Rangers gewinnen. Ein absolut überzeugender Auftritt. Inter Mailand hat sich aber an dieses K.O.-System schon gewöhnen können. Und gegen Getafe gewann man mit 2 zu 0 ohne ein Rückspiel. Hier Leverkusen aber deutlich besser in der Anfangsphase. Handanovic muss gegen Kai Havertz eingreifen in der Frühphase dieser Partie. Das war stark durchgespielt. Treffer hat auch gezählt. Keine Abseitssituation. Handanovic aber hält den Ball. Und Leverkusen machte es weiterhin richtig gut. Inter wagte sich nach vorne. Aber dadurch entstanden Kontermöglichkeiten. Wobei die Italiener jetzt schon gut zurückgerückt waren. Havertz zu Bayley. Kevin Volland hält schön den Ball abgefälscht. Bayley mit dem Tor. 29. Minute. Den trifft er überhaupt nicht gut. Aber Bastoni mit dem Oberarm fälscht er ihn unhaltbar ab für Handanovic. Inter Mailand aber hatte die Antwort parat. Brozovic quergelegt zu Lautaro Martinez. Der sieht Romelu Lukaku die Lebensversicherung von Inter Mailand. In der 34. Spielminute dann der Ausgleichstreffer. Etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt. Aber auch nicht gänzlich unverdient. Leverkusen aber ließ sich davon nicht beeindrucken. Und zauberte hier teilweise. Bayley Volland. Es geht postwendend wieder nach vorne. Havertz hat das Auge. Und da ist Palacios. 40. Minute. Die zweite Führung an diesem Abend für Bayer 04. Leverkusen die Mitte völlig offen. Handanovic kommt raus. Aber kann den Einschlag nicht verhindern. So ging Leverkusen doch mit der verdienten Führung in die Pause. Unter dem Strich die 45 Minuten der Bosch Elf wirklich sehr dominant geführt. Und der zweite Durchgang sah ähnlich gut aus. Bayley legt nochmal quer zu Havertz. Doch er scheitert wieder an Handanovic. Der hier mit Lukaku zu den besten Spielern Inters gehörte. Aber Leverkusen erhöhte noch einmal den Druck. Havertz zu Kevin Volland. Und jetzt sieht auch Handanovic nicht mehr ganz so gut aus. 69. Minute ist mit der Hand dran. Ja, der ist wuchtig geschossen. Aber die Regel besagt, wenn der Torjüter den Ball erreicht, dann muss er ihn normalerweise auch abwehren können. So stand es jetzt 1 zu 3 Inter Mailand. Aber gab sich noch nicht auf. Lautaro Martinez nochmal. bekommt den Ball hier wieder Radetzky. Ist zu weit vor seinem Kasten. 81. Minute der 2 zu 3 Anschlusstreffer. Ärgerlich für den Finnen, der im Spiel gegen die Rangers schon nicht so gut aussah. Aber es blieb beim 2 zu 3 Glück für Leverkusen. Am Ende wurde es nochmal eng. Aber sie setzen sich durch. und rücken damit als zweites Team vor. Ins Halbfinale. Dieses Duell hier hätte auch Wolfsburg gegen Frankfurt heißen können. Aber wir sind nicht im Konjunktiv unterwegs. Schachter, Donetsk und Basel haben die zwei deutschen Mannschaften rausgeschmissen. Völlig verdient zogen sie hier ins Viertelfinale ein. Aber nur eine Mannschaft wird es ins Halbfinale schaffen. Und hier zu Beginn sah es besser aus, was der FC Basel produzierte. Valentin Stocker hier leicht im Abseits mit der Fußspitze, mit dem rechten Hacken. Und dementsprechend hätte ein Treffer auch nicht gezählt. Donetsk aber fand jetzt mehr und mehr Zugriff. Und spielt sie gut nach vorne. Moritz wird da nicht angegriffen. Und dann haut er einfach rauf. Junior Moraes in der 23. Minute. Was für ein wunderbares Tor. Aber auch schlecht verteidigt. Der darf da so frei zum Abschluss nicht kommen. Das hat sich der FC Basel hier selbst zuzuschreiben. Doch die Schweizer hatten nochmal die Möglichkeit, vor dem Seitenwechsel auszugleichen. Über die linke Seite kommt die Flanke gleich in die Mitte. Piatov etwas unsicher. Stocker und Schacker mit dem Kopfball. Aber rechts vorbei. 1 zu 0 dann zum Halbzeitstand für Moritz. Bislang ein wunderbarer Tag. Donetsk die mittlerweile schlechtere Mannschaft. Aber im zweiten Durchgang sollte sich das Bild dann etwas ändern. Und die Mannschaft aus der Ukraine macht es besser. Wieder Moritz. Hat hier die Möglichkeit zum 2 zu 0. Schießt aber vorbei. Trifft dann nur den Außenpfosten. Der FC Basel aber verlor hier die Spielkontrolle gänzlich. Hatte dann nach vorne auch keine wirklichen Akzente mehr. Schacker-Donetsk übernahm das Zepter. Morales. Super Auge für Alain Patrick. Der hat viel Platz. Und einen sauberen Abschluss. 61. Minute. Das 2 zu 0. Klar, Basel musste Risiko gehen. Aber in der 61. Minute war das vielleicht etwas zu früh. Schacker-Donetsk spielte es jetzt sauber runter. Morales noch einmal. Mit der Chance zum 3 zu 0. Setzt den Kopfball aber am Tor vorbei. Es blieb somit beim 2 zu 0. Basel hätte das Ganze im ersten Durchgang offener gestalten können. Mit einem eigenen Treffer. Verpasste das. Und Donetsk machte zum richtigen Zeitpunkt die Treffer. Und gewinnt hier mit 2 zu 0. Und zieht damit als dritte Mannschaft ins Halbfinale ein. Leverkusen und Donetsk haben sich damit gegenseitig gefunden. Manchester United schaut aber hier auf die Partie zwischen Wolverhampton und dem FC Sevilla. Wer im Halbfinale als Kontrahent auf dem Platz stehen wird. Die in blau gekleideten Spanier machten das hier sehr gut. Enesiri mit der ersten Kopfballmöglichkeit. Da ärgert er sich. Der Ball geht knapp rechts am Tor vorbei. Aber Wolverhampton mauerte sich nicht hinten ein. Sondern spielte auch gut nach vorne. Setzte sich gegen Pireos. Ja durch. Da ziehen sie in den Strafraum ein. Und Adama Traore setzt den Kopfball übers leere Tor. Muss es eigentlich sein. Aber die linke Seite war richtig gut besetzt. Obwohl Johnny Otto verletzt fehlte. Flanke. Kopfball. Und Tor. Raul Jimenez. 33. Spielminute. Das 1 zu 0 für die Wolverhampton Wanderers. Und das war verdient. Die linke Seite. Wie gesagt war richtig gut. Eine tolle Flanke. Ein sauberer Kopfball. Der FC Sevilla war nochmal vor dem Pausenpfiff. Ähnliche Situation. Aber Enesiri macht es artistisch mit dem Fuß. 40. Minute. Das 1 zu 1. Ausgleichstor. Rui Patricio bleibt nur. Das hinterher schauen. Die Nummer 11 im Kasten. Hier aus Spitzenwinkel. Sieht nicht überglücklich aus. Also ein Remis zum Pausenstand. Sevilla setzte sich ja vollkommen verdient gegen Rom durch. Das war überzeugend. Das war richtig stark. Und hier wollte man jetzt noch einen draufsetzen. Und Sevilla hatte die Chancen. Rui Patricio. Diesmal kann er sich auszeichnen. Aus der zweiten Reihe kommt der Abschluss. Leicht verdeckter Schuss. Dann eine spektakuläre Flugeinlage des Schlußmanns von Wolverhampton. Und damit hielt er seine Mannschaft auch im Spiel. Die rechte Seite. Bei Sevilla sehr offen. Raul Jiménez. Aber scheitert. Das hätte es natürlich sein können. Alleine vorm Keeper. Dann aber so ein unplatzierter Schuss. Bono mit der Parade. Aber die Wolverhampton Wanderers wurden zum Schluss nochmal gefährlicher. 90. Spielminute. Moutinho. Links raus. Kein Abseits. Und da ist der Raul Jiménez zum zweiten Mal. 90. Spielminute. Der Lucky Punch verhindert die Verlängerung. Und Sevilla. Guckt. Traurig aus der Wäsche. Das war es dann. Wolverhampton Wanderers trifft im britischen Duell auf Manchester United. Nicht unverdient. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und Adios. Ja, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Ja, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Ja, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Ja, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Ja, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.